Das Aufschütteln machen Welpen immer, um sich an Situationen zu gewöhnen. Hier hat er sich aufgeschüttelt und weiter geht's. Da er jünger ist, ist er auch noch deutlich unterlegen. Hier hat allerdings jemand anders keinen Bock gehabt. Wie man sieht, darf er jetzt auch mal von oben ran. Der Spielwechsel ist unglaublich wichtig. Wenn ein Hund immer unten liegt, ihr erinnert, ist es kein Spiel mehr, sondern gegebenenfalls Mobbing. Also jeder soll auch mal die Position oben haben. Egal wie alt die beteiligten Spieler sind und egal wie groß.